Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Phantechnikum in Wismar Aus alt mach neu. Das Phantechnikum in Wismar hatte die kreative Idee für eine nachhaltige Nutzung. Aus den alten Werbebannern der abgelaufenen Sonderausstellungen werden die Phantaschen hergestellt. Die Sonderausstellungen Leinenlos, Alexandro und Leonardo da Vinci finden sich auf den limitierten Exemplaren. Jede Tasche ist ein Unikat für sich. Sie können sowohl im Museum als auch online bestellt werden unter phantechnikum.mv-handelt.de Die Sonderausstellung Unser Urlaubsschiff 60 Jahre Fritz Heckert wurde jetzt bis zum 20. September verlängert. Dienstags bis sonntags ist das Technische Landesmuseum wieder von 10 bis 17 Uhr geöffnet.